und würden 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 er dachte ich mir schon so ich habe jetzt mal aufnahme Toste gedrückt leck zu als Würzeln aufnehmen er passt das so ich kann damit leben ich kann damit leben wo ist das gut er ich glaube nicht dass ich das irgendwie aufnehmen kann schon können erster noch ein also ich den ersten sprung schon mal verkacke das ist eigentlich natürlich aber ich glaube ich muss echt hier aufnehmen aufnehmen aufhören ja könnte ich machen aber ich merke sofort wieder wie es leckt das ist wahnsinn wow ja geh du mal vor wow let's go und ich habe speedrun so wie es leckt m die Welt sehr gut und mannüsten wie es eine neue Prozesse noch hat er sagt dass du bist du bist ein Voli die Hälfte und und ja alter Alter, mit dem Aufnehmen ist das echt Wahnsinn, weil wie das laggt hier. Lackt das bitte immer so, wenn du hier irgendwas aufnimmst? Äh, ich nehm grad mit, keine Ahnung, 60 Frames oder so auf. Hab ich zumindest nicht eingestellt, vorkommt tut's mir nicht so. Aber generell, wenn ich MW Call of Duty oder so aufnehme, dann lagts immer so, ja. Bei Minecraft da laget's mittlerweile ganz gut, aber wer interessiert sich schon von Minecraft und euch hier? Ich meine. Er spielt heute noch Minecraft. Naja, eben. So ein Moment, du warst 2011, Alter. Hä? Ich spiel jetzt auf 2011. Ja, eben. Voll out of order hier. Karl, wer are you? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ups. Wo bist denn du? Ja, keine Ahnung, Mann. Ich hab dich grad irgendwo hochgehen gehört. Ah, da ist er. Ich bring dich mal schnell um. Ich bring dich mal schnell um. Komm schon, lass mich da drüber. Und jump into the void. Geschütz bereit zum Einsatz. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Dann sind wir ja jetzt hier am Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben, eigentlich. Unglaublich. Un-believer-Bull. Irgendwo. Drück's Knöpfchen, Max. Vorräte sind unterwegs. Dann schauen wir mal, wieviel wir brauchen. Ja, das erste ist schon genau perfekt. Hingesflogen. Boah, das ist weit endlich fast umgepackt. Ach ja. Da. Oh, okay. Oh, 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 oh. Oh, okay. Oh, okay. Du, du, Schwanz. Jetzt fricht dich um und dann bist du hinten irgendwo. Nein. Nein. Kannst du mich sehen? Ich hab mich versteckt. findest mich garantiert nie warte mal Andi schieß einmal ich glaub ich hab nirgendswo nen Schalter einfach drauf Andi schieß einmal ich hab deine Klinge gehört ah du Arsch ey du tu das weg man tu das weg du Vollidiot du bist so eine behinderte Hure was ist denn los ja ey ich hab kein Taktik einschickt du Vollidiot du bist ein Arschloch oh mein Gott oh man es ist so typisch Karl oh man ist das genial bist du auch draus? Nein das war wieder klar hier du kleiner Vollidiot ah beruhigt sich wenn ich noch darf ja ne da setzen wir einfach mal ein Geschütz hin wo direkt der Taktikeinstieg steht du bist ein Vollidiot Karl überzeugst mal wer von Intelligenz weißt du was? lass mich nehmen oh man du überzeugst mal wer von Intelligenz ja aber Volga ist hier oh man oh man ich bin grad wieder old ich bin grad wieder old what the fuck ich bin zu der Wand nein nein oh oh komm schon wechselklasse wechselklasse ah what the fuck sich hoch ja ach man du ich weiß nicht wo du bist ja jetzt hast du eh schon Taktik einschicken ah man du bist echt